Guten Tag und herzlich willkommen, mein Name ist Timo, schön, dass du dabei bist. Wir stehen heute erneut vor der Hochschule Fresenius in Köln, denn hier findet heute das Fräses-Smash-Turnier auf der Wii U statt. Gespielt wird Super Smash Bros. von 96 Teilnehmern, das Ganze wird sogar offiziell von Nintendo gesponsert und einen Livestream gibt es auch. Könnte also wirklich sehr interessant werden, Leute. Das Turnier war erstaunlich gut besucht, verlief absolut nach Plan und es herrschte allgemein eine angenehme Atmosphäre und das macht das Ganze zu einem wirklich gelungenen Event. Das war das Fräses-Smash-Turnier hier an der Hochschule Fresenius. Glückwunsch nehmen wir nochmal an den Gewinner Purple Age und neben mir, jetzt ist es der gute David, der das Ganze hier organisiert und geplant hat. David, wie kam es dazu eigentlich? Das war mein Studentenprojekt, mein Semesterprojekt vom ersten Semester an 3D meinte Media. Sollten wir halt ein Event konzipieren, weil ich nebenbei noch Smash-Turniere mache immer, habe ich ein größeres Smash-Turnier konzipiert. Und das ist dann so gut angekommen hier in der Hochschule, dass ich es einfach in echt machen durfte. Das ist ja wirklich sehr erfreulich. Bist du mit der Resonanz zufrieden heute? War das in Ordnung? Ja, war alles super. Hat perfekt geklappt. Die Leute waren sehr zufrieden. Die Hochschule war sehr zufrieden. Perfekt. Sehr schön. Gut, okay. Dann dir noch das Schlusswort. Was willst du noch zusammenfassend sagen hier zu heute? Äh, Hype. War auf jeden Fall sehr cool. Wir fanden es auch super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. fünfım. Dann dir noch was. ü Mommy. Bye.